Galileos Cringe-Reportage über Apfelringe Und es wird zweideutig Diese Süßigkeiten hier kennen Sie wahrscheinlich alle Nein, kenn ich wahrscheinlich nicht Oder seit wann sind Chips Süßigkeiten? Erklärung bitte, Galileo Leander hat keine Zeit sich vorzubereiten Apfelringe Richtig geil Marken verdecken, ne? Apfelringe Aber zwei Sekunden vorher die Marke zeigen Da Rüßdorf hieß der erste Ner... Galileo Leander muss eine Menge harter Nüsse knacken Denn er will saure Apfelringe kopieren Auch Ich glaube er muss nicht nur harte Nüsse knacken Denn sein erstes Mal hat er anscheinend mit einem Apfelring Dass wir auch genau an dieser Stelle Pause drücken müssen, ne? Woraus die saure Süßigkeit besteht Weiße Masse, grüne Masse, ringförmig Danke Galileo Danke, dass ihr die fetten Pfeile da noch extra hinmacht Hättet ihr die Stellen sonst gar nicht gefunden Die weiß, grün und ringförmig sind Apfelringe Ja, genau Ich dachte, die wären hart Ja, das sie auch, ne? Wie kann mir jemand sagen? Warum die Apfelringe mit ner Gabel essen?